Applaus Metall und Fohr aus Schüpfen hat einer gesponsert, das schönste wie ich finde, das Picken-Petticoat. Applaus Benno und Tantransport AG ebenfalls aus Schüpfen. Also Schüpfen? Natürlich ein riesiges Dankeschön an Frau Elsbeth Rauch. Sie hat sehr frühzeitig in die Petticoat investiert. Sie hat ihn einfach genäht. Einen ganz dicken Applaus bitte für Sie. Applaus Das war jetzt Simon. Ich bin der nächste Römer. Jetzt sind die Römer mit den Kummern. Ich bin der Römer. Ich bin der Römer. Ich bin der Römer. Ich bin der Römer.